Herzlich Willkommen zurück zur nächsten Folge von Rainbow Six Siege. Wenn es nicht gab, ich letztes Mal haben wir durchschnittlich abgeschnitten, sag ich ja mal. Ich bin öfter auf die Fresse geflogen und ich dumm gehört, als ich eigentlich wollte. Egal. Aber, tja, heute werden wir uns wieder ans lockere Spiel machen. Schau mal, wie gut wir heute abschneiden. Oh, wir dürfen gleich bei Null anfangen. Sehr geil, sehr geil. Die Bombe im Hierro... Locker. Turm. Da war ich noch gar nicht mal so oft. Muss ich auch wirklich ein bisschen trainieren, dass ich das genau weiß, wo es hingeht. Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen. Wir nehmen Asiaten, wir nehmen Cure, wir nehmen heute ein Mal. Wir nehmen den Schwarzen. Oder den Afrikanern nehmen wir. Ich bin nicht mal sicher, ich weiß es nicht. Ich gehe von der Farbe aus. Und nur, wie du es wirst. Mir ist das dieses Verhätscheln, was heutzutage so extrem in ist. Dieses, ja wir müssen die ganze Rede anpassen, dass niemand, dass keine Gefühle verletzt werden. Bitte Leute, wenn wir so weitermachen, haben wir bald den nächsten Weltkrieg. Weil irgendeiner durchdreht, die Macht ergreift, wie wir damals bei Hitler gehabt haben. Lange Zeit war ich nichts. Einer hat das Durchsetzungsvermögen gehabt, ist dann durchgedreht und willkommen in den zweiten Weltkrieg. Wenn das so weitergeht, dass wir noch mehr Pussys in die Welt setzen, dann haben wir andere Probleme. Ja, das ist meine Meinung. Seid, ich will euch frei, das komplett zu ignorieren, diese Meinung. Mal schauen. Da, 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 das heißt... Von da kommen, also... Zwei Züge versteckt haben wir. Oh Gott, ist sie nicht bekommen? Die bekam ich noch. Mach mich dir zu. Auf 4 hat eine Bombe. Auf 4 hat eine Bombe. Ihr wisst, was zu machen. Oh, der Fuse ist da. Das kommt davon, wenn man nicht die Kameras zerstört. Oh, die haben einen Blitz. Das war's wert. Ok, ein Jackal, Blitz und eine Hibana. 4 gegen 3. Ja. Kommt vielleicht dann um die Ecke. Auf 4, last up standing. Auf 4, last up standing. Auf 4, field deploy! Auf 4 eliminated. Mission successful. Sehr gut. Haben wir einen Support dafür gekriegt? Ja, es ist! Angreifen. Das ist ne Bombe. Wenn ich den Diffuser kriege, sollte ich Montage spielen. Das ist nämlich sehr gut. Aber ich bin Nazi. Jetzt bomben wir die Scheiße. Jetzt gibt's Bombenhagel für alle Beteiligten. Rush Aim. Rush B only. Wenn's ein Hostage wird, würde ich versuchen sie in die Luft zu jagen. Ich geb's zu. Ich will die Hostage in die Luft jagen. Verdammte Geisel. Los geht's. Jetzt gehen wir jetzt die ganze Scheiße durch. Wo krieg ich da gerade hin? Ja, hier. Und da rein. Au. Ok, hier ist mal niemand. Hier wer. Hallo? In die Lage höher? Nein, 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 nein. Oh! 5 Sekunden zur insertion. Der Drone hat eine Bombe. Der Diffuser ist... Ich hab's gefunden. Ich hab's gerade im Diffuser. Interessant. Ehm... Hm... Hm... Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Das ist so, dass das hier als Radfrau eine ziemlich dämliche Idee ist. Ich hab's gefunden. Die ist so, dass das hier als Radfrau eine ziemlich dämliche Idee ist. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. 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 Tch, tch. 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 Nicht, bitte nicht, bitte nicht. Yes. Ich bin wieder raus. Nicht wie es geht. Ja. Left, 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 left. Left, 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 right, left. One friendly operator remaining. Yes. Four neutralized. Mission successful. Einfach draufhalten. War so knapp. Aber gute Regel hier. Wenn du ne Gegner vor dir hast, versuch einfach so viele Kugeln in Richtung seinen Schädel zu befördern wie möglich. Es ist besser. Nehmen wir heute mal sie. Schrotz. Klassische Maschinen, mittlere Distanz. Nö, ich hätte gern die Schrotze. Das wird gleich witzig werden, denn ich lasse es knallen. Nein, ich kann es nicht knallen lassen. Oh, der Junker. Der Junker, der Gott. Ah, 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 da 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 da. Hier kommst du mal nicht rein. Hier bitte sie an der Kleine Baller. Vielleicht nicht erkannt, wäre das super. 5 Sekunden zur Insetzung. Ich wusste nämlich nicht, dass einer... ...deploying welcome mat. Okay. Ich hab das vergessen. Das war einer von den Gegnern. Das war einer von uns. Das war einer von uns. Be advised, On-4 has located a bomb. Das war ein Aus-2-2. Los geht's. Das war ein Aus-2. Das war ein Aus-2. Das war ein Aus-2. Das war ein Aus-2. Okay, das war Bullshit, ich bin ehrlich. Nee, das rufst du nach Fios. Die werden dann zur Rache gefused. Die werden gefused. Sonst sollte ich doch mit Rotflinte nehmen. Nee, nee. Fuse ist immer die richtige Antwort in meinen Augen. Kann der Gegner immer fusen. Immer wir. We need to locate a bomb. Los geht's. Au. I've arrived. Ah, das werde ich nicht wohl bespringen, sondern eher so rüber. Ja, das sind sie. Nein, 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 au. Nice. Okay. Deploying a drone. You have located a bomb. Let's see them hide now. Oh Gott, nochmal. Sledge. Cluster charge live. Cluster charge active. Cluster charge active. 1, 2, 3, 4, 5, alle haben sie. Bis auf eine. You have dropped the diffuser. 1, 2, 3, 4, alle haben sie. 1, 2, 3, 4, alle haben sie. 1, 2, 3, 4, alle haben sie. Oh. Oh. Yeah. MVP. Mit der Golden Gun. Use it. Just fuse it. Jetzt stehen sie mit unseren Packs. Bring ich eines? Bitte. Ach komm schon. So. So. So, suchen wir uns noch ein Spiel. Dann haben sie es wieder aufgenommen einmal. Und da ich jetzt gewonnen habe, werde ich voraussagen, dass ich jetzt sterbe. Dann sage ich jedenfalls voraus. Oh. Nicht einmal. Wir haben sogar einen, der Renown Booster gibt. Nice. 30%. Oh. Konsulat. Bereich sichern. Das sollte ich vielleicht Ding nehmen. Montage. Ja. Das ruft nach Montage. Montage. Wir haben Daddy 5. Fuse. Papa Glatz. Und wir haben Onkel Montage. Kleine Schwester IQ. Und den verrückten Bruder. Eine ganze glückliche Familie. Schau. Na komm schon, Glatz Boy. Find the Biohazard Container Location. Ich glaube ich kann es sicher voraussagen, wo sie ist. Direkt dort in dem Raum, wo die Flagge anbracht ist. Dort dahinter. Ah. Ah. Ne, sie sind gerade unten. Flag ich mal wieder. Falsch. Ah. Da drüber. Hey Dude. Fuck. Und der ist weg. Und der ist auf K. IQ.